vor allen dingen halt wegen dem leopard 2a4 finde ich es halt nicht fair weil t80 die ganzen sachen sind halt alle im spiel aber ein leopard 2a4 den es tatsächlich gab und tatsächlich auch ausgeliefert worden ist in den mengen existiert dann halt nicht im spiel und das ist halt alles bisschen blöd gemacht so wir stehen an dieser koordinator absitzen manchmal im wald ein aufklärer warten auf neue befehle kommandant die kante dort müssen wir hin wenn die aufbauen hier vorne betankt und auch so dann feuer und bewegung wir können bei dieser koordinator absitzen und unser gepackt bereit system check durchgeführt einsatz bereit so holl hauptmann zu ihrer verfügung kommandant oder kommandant so holl hauptmann holl hauptmann holl hauptmann Was sind Ihre Befehle? Radio-Check, höre Sie klar und deutlich. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Radio-Check, höre Sie, höre Sie. Und los geht's. dann schwimmen heute meck war ja noch in der kleinen wach ist mich natürlich mal ganz kurz passieren der schläft noch notbetreuung im kindergarten wegen corona ausbruch läuft immer noch das heißt er ist immer noch zu hause ist natürlich schön weil abschlussfeier die stadt finden sollte im kindergarten weil er geht ja dies jahre schule und zwar alles abgesagt momentan alles was wir als eltern vorbereitet haben war für die katz wir haben ja vom elternbeirat her oder mit dem elternbeirat zusammen ein examen vorbereitet grillen basteleien weiß ich was alles als die katzen wegen corona geben ja auch mit ganz schön auf den sack noch ein treffer das ist aus auf der kassen feuer erlaubnis die Wir wurden getroffen! Iben ist ausgefallen! Ja, sehr. Stopp-Bereich! Verdammt! Es hat einen erwischt! Bokulose exerziert sich los! Neuer Befehl? Oh, da hat's unsere... Den Scherz erliegen, oder was? Wir wurden getroffen! Iben ist ausgefallen! Ah, aber halten Sie auf unsere Planken! Ja, dort, Feinstorz! Wurde aufgeklärt! Wir schaffen es nicht! Jawohl! Wir wurden getroffen! Iben ist ausgefallen! Hansa einsatzbereit! Bravo 1, hier Bravo! Eingesichtel! Scheiß Gefahler! Wurde, Kommandant! Na, der Schütze! Und Munitionäre des Bereitschaftsbunkers! Zur Marschinformation auf, geht's! Bravo 1, hier Bravo! Eingesichtel! Seht einmal, wie gut diese andere Division ist die neue! Wo brauchen wir unsere Feuerkraft? Ich bin ein Biss! Ich bin ein Biss! Ich bin ein Biss! Ich bin ein Biss! Scheiße, war das! die neue flag ist auch gut ja sehr gut ist sehr gut es ist ja gut spiel ich weiß du willst dass ich dich nicht mehr spiel und dann ist gut auf erkannten feind feuer erlaubt der kommandant begrüßt sie an bord fünfte kompanie bereit achtung feind im nahen bereich sie wünschen hauptmann feuerbereitschaft aufrecht erhalten wo brauchen wir unsere feuerkarte an alle einheiten feind gesichtet bewegung aber erhöhte aufmerksamkeit transportkommando bereit anhalten wir machen hier wir sind ganz hoher wurde aufgeklärt wir können ihre truppen aufrichten wurde aufgeklärt achtung feind im nahen bereich oder kommandant der zur stelle wo brauchen wir wo brauchen wir kameraden wurde aufgeklärt ab achtung weit im nahen bereich radio check höre sich klar und deutlich Transportkommando bereit. Da haben sie ein paar aufgebrochen, Kommandant. Freuhaus, Mann. Fünfte Kompani bereit. Feindliche Einheit erkannt. Freuhaus, Mann. Äh, ausgeführt. Ende. Wo brauchen sie unsere Feuerkampf? Warning. Ja, Alter! Komm schon rein! Durchschuss! Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Bravo 1, hier, bravo! Sein vier, sichtigt! Manchmal, das ist echt nicht. Ich bin rein. Gehen Vateriebereit. Rutschersport! 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 Verstande! Aufführer zu fennig! Achtung! Feind im Nahbereich! Speer zur Stelle! Warum? Warum denn? Warum denn? Alleine! Betankt und aufmunitioniert. Pfarrer, dort müssen wir hin. Reisewäckung! Bravo 1, hier! 1, hier! Der Kommandant begrüßt Sie an Bord! Abgesessene Kampfweise! Wohl, Hauptplatz! Wird gemacht! Ende! Der Feind ist in Reichweite, aber wir auch! ein Wo brauchen Sie uns, Kamerad! Achtung! Feind im Nahbereich! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Warten auf Luft und Boden. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Eifer an alle. Luftüberprüfung, kommen. Ja, zum Gefest. KI-Laden. Benötigen umgehend Munitionsmachschub. Ende. Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Feind im Vorfeld, bereit machen. Ich kann den Kugeln an mir vorbeizuschnören. Gebt mir Morphium, kommandant. In der Kugeln. Es ist ein Exemp Κ. Der Kugeln an mir vorbeizten Geht. Der Kugeln an mir vorbeizten Der Kugeln an mir vorbeizt. Wenn man nicht so hat, kann man erstmal nicht versehen. Wir gehen ja immer auf den Sack, weil der Flugzeuge gehört, die neue Division, dass wir da waren. Bravo 1, wir Bravo. Feind gesichtet. Geben Sie uns einfach einen Befehl. Verstanden. Aufführungsbefehlungen. Wir wurden getroffen. Geben es uns fallen. Schießt auf alles, was dich bewegt. Guck, ob wir bereit sind. Scheiße, Wanner. Wo brauchten wir unsere Feuerkraft? Wanner. Scheiße, Wanner. Wanner. Verdammt, Fahrer, Rücklatt, Wann. Feind im Vorfeld, bereit machen. Neue Befehle. Abgesessene Kampfweise. Feuerunterstützung bereit. Feind im Vorfeld, bereit machen. Wo brauchen wir uns, Kameraden? Anze, einsatzbereit. Anze, einsatzbereit. Wohl, Hauptmann. Höchstende. Aufführungsbefennig. Wir haben Feindkontakt. Nichts, wir reißen ja. Systemcheck durchgeführt. Einsatz bereit. Eifer an alle. Punktüberfrügung, kommen. Nach hinten fahren, was machst du denn? Und zum Feind. Feind nähert sich Feuerposition der Artillerie. Panzer einsatzbereit. Fahrer, dort müssen wir hin. Wo wollen wir die Flugabwehr haben? Feuer, und Bewegung. Eifer an alle. Punktüberfrügung, kommen. DAKKUNG! Wo brauchen wir uns, Kameraden? Superfell! Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanke. Einsatzbereit. Weit nähert sich Feuerposition der Artillerie. Cooler, Kommandant. Warten auf Luft- und Bodenziehler. Naschu Gold. Wir haben Feindkontakt. Ich höre, Herr Hauptmann. Fahrer, dort müssen wir hin. Weit nähert sich Feuerposition der Artillerie. So, das sieht ja schon mal aus. Wesentlich besser aus als eben. Feuer. Ich wohne nicht. Nee. Ich wohne nicht, kann ich. Schlafen hätte ich. Überwachung, den Luftraum. Dann machen wir mal die Flugabwehr raus. Ich bin nicht der schnellste heute, leider. Wir haben Feindkontakt. Wir haben Feindkontakt. Wir haben Feindkontakt. Überprüft Waffen und Munition. Dran, drauf, drüber. Achtung, weit im Nahbereich. Auf Empfang. Sprung auf, Marsch, Marsch. Wie lauten Ihre Befehle? Noch ein Treffer? Es ist aus! Feind nähert sich Feuerposition der Artillerie. Wir haben Feindkontakt. Wir haben Feindkontakt. Das ist ein Gewehr an. Radio Check. Höre sich klar und deutlich. Eifer an alle. Punktüberprüfung, kommen. Triff ausgeführt. Ende. Feind nähert sich Feuerposition der Artillerie. Scheiße, Mann. Zur Marschinformation aufgehen. Klar, Zuckerfeld. K.I. Lagen. Es hat mich erwischt, verdammt. Es hat mich erwischt. Zum Befehl. Feindliche Einheit erkannt. Flaktenfeuer. Scheiße, Mann. Wir sind in Form. Rückwärts marsch und zum Feind. Betankt und auch munitioniert. Wollen Sie mitfahren? Feuerunterstützung bereit. Feuer und Bewegung. Wir können beides. Bewegung, aber erhöhte Aufmerksamkeit. Zu Befehl. Panzer einsatzbereit. Feind nähert sich Feuerposition der Artillerie. Systemcheck durchgeführt. Einsatzbereit. Bewegung, aber erhöhte Aufmerksamkeit. Befeindliche Einheit erkannt. So, und jetzt Diagonalnehmer dann das Wäldchen. Wo brauchen wir unsere Feuerkraft? Feindliche Feuerposition der Artillerie. Steht weg. Feindlichel bereitet. Speer zur Stelle. Sunny! Eifer an alle! Rundüberprüfung kommen! Nein, wir warten auf Einsatz zu beheben. Urhauptmann, verstande! Aufführen und fällig! Ah, es hat mich erwischt! Verdammt, es hat mich erwischt! Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Artilleristen und Ziele. Wir gehen bergauf, gefallen! Zubcar und das Tornado-Cresta wird gekippt. Von den Strählern. Hören Sie, klar und deutlich! Wo brauchen Sie unsere Feuerkarte? Stadenschütze und Munitionäre den Bereitschaftsbunker! Wir Eifer, kampfbereit! Radio-Check! Höre Sie, klar und deutlich! Wir Eifer, kampfbereit! An alle Einheiten! Feind gesichtet! Was sind Ihre Befehle? Cooler Kommandant! Wir wurden getroffen! Die Eifer ist ausgepeilt! Feindnäherzig! Feuerposition der Artillerie! Wohlhaushand! Wir brauchen Sie ein paar Augen und hoch, Kommandant! Wir brauchen Sie ein paar Augen und hoch! Bei der Strache feind! Feuerfrei! Wir brauchen Sie ein paar Augen und die Präger! Wir brauchen Sie ein paar Augen und das Tornado-Cresta. Scheiße, Mann! Die Karte nur kurz einordnen. Verstande! Wir sind ganz ruhig. Was sind Ihre Befehle? Flachrack, bereit! Wir wurden getroffen! Die E-Mail ist ausgepeilt! Zu Befehlen! Flak, Feuer! Bei Auftreten im Fight! MG Feuer! SCU, FSZ, Halbgruppe übernehmen! Panzer einsatzbereit! Feindliche Einheit erkannt! LFK geladen! Kampfvisier, Feuer selbstständig eröffnen! Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an! Ah, es hat mich erwischt! Verdammt! Es hat mich erwischt! Weit mehr den Feuerpolitis in der Affinerie! Sunny! Melde Zug zur Stelle! Schützenreihe bilden! Dran, drauf, drüber! Abgesessen in der Kampfreise! Die Karte nur kurz einordnen! Feindliche Einheit erkannt! Weder Freund noch Feind, nur lohnende Ziele! Aufgerüttelt und bereit für den Kappen! Fertig macht es zum Sprung! Wir greifen gleich an! Neue Befehle! Achtung! Feind im Nahbereich! Wir langs! Auf Empfang! Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an! LFK einsatzbereit! Jawohl Hauptmann! Aufgerüstung! Achtung! Fertig! Pferd! Wann ist es nicht so gut? Glockenze! Pferd! Glockenze! Schütze und positioniere den Bereitschaftsdunker. Fünfte Kompanie bereit. Bewegung, sie sind hier nicht auf der Fritz Heckart. Feindliche Einheit erkannt. Wir wurden getroffen. E-Messor bereit. Melde Zug zur Stelle. Sprung auf. Marsch, Marsch. Es hat sich erwischt. Verdammt, es hat sich erwischt. Was sind Ihre Befehle? Spaß, aber achten Sie auf unsere Plätze. Kannst du nur kurz einordnen? Zu Befehle. Klar zum Befecht. KI-Lage. Radio Check. Höre Sie klar und deutlich. Ihre Befehle, Herr Hauptmann. Gebt mir Morphium. Gebt mir Morphium. Sammel, Befehlsausgabe. Arsch, aber achten Sie auf unsere Plätze. Sunny! Und ein Röpflauch. Ausgeführt. Ende. Befeiert die Feuerposition der Artillerie. Spielsrecht. Melde Zug zur Stelle. Sprung auf. Marsch, Marsch. Ein guter Aufklärer, dass deiner jemand nicht dringend bewegen kann. Eifer an alle. Punktüberbrückung. Kommen. Wir wurden auf die Leeren. Ja, dort. Feind dort. Komm nach oben. Wir brauchen Position. Schießen auf alles, was sich bewegt. Scheiße, Banner. Ich höre, Herr Hauptmann. Wir verteidigen den Luftraum. Luftraum, Luftraum, Luftraum. Kommen an. Rückfahrt, rückfahrt, rückfahrt. Ich höre, Herr Hauptmann. Scheiße, Banner. Stellungswechsel. Zugabwehr bereit. Ah, es hat mich erwischt. Verdammt, es hat mich erwischt. Wo brauchen wir uns, Kameraden? Feindliche Einheit erkannt. Bitte was? Ich freue mich, dass ich konzentrieren muss. Guck abhör und mit der festen Bereitschaft auskomme. Hacker, los. Wir wurden getroffen. Eifer ist ausgefallen. Fünfte Kompanie bereit. Warte im Vorfeld, bereit machen. Gut, Herr Kurs. Los, die warten schon auf uns. Hacker, los. Feindliche Einheit erkannt. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Bewegung, sie sind hier nicht auf der Fritz-Hackert. Zudem, sie sind hier nicht auf der Fritz-Hackert. Tschüss. Tschüss. Zudem, sie sind hier auf der Fritz-Hackert. Zweiter Zug einsatzbereit. Wo brauchen wir unsere Feuerkraft? Ihr Alpha, Kampfbereit. Bravo, eins, ihr Bravo. Eins, ihr Sichtlin. Und wir brauchen! Ich hab einen Bock. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Dran, drauf, drüber! Nein, ich hab einen Bock. Auf die Position der Artillerie. Verdammt, es hat einen erwischt. Drückwärts, Marsch, und zum Feind! Salli! Nicht schießen! Wir gießen auf! Jawohl, Hauptmann! Achtung, weit im Nahbereich! Eifer an alle! Punktüberprüfung, kommen! Drückwärts, Marsch, und zum Feind! Nein, vier! Harte auf Einsatz zurücknehmen! Gut, ihr nach Verfügung, Kommandant! Ich verstande! Auf! Was ist fertig? Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Marsch, alle achten Sie auf unsere Platt! Wir sind aufgeführt! Ende! Heindliche Einheit erkennend! Es hat sich gewischt, verdammt! Es hat sich gewischt! Verstande! Aufführer nun verliebt! Ein guter Aufklärer ist einer, den man nichts tut. Melde Zug zur Stelle. Wir wurden getroffen! Jemals ausgefallen! Verstande! Ihr Dachs, auf Empfang! Auf geht's, also so ist es garantiert. Charlie zu, Kampf bereit! Bereit für ein Feuergefecht! Marsch, Marsch! Vollgas! Ich hatte nur kurz einhaftet. Pioniere, bereit! Warten auf Luft- und Bodenziele! Ladeschütze, ummunitionieren den Bereitschafts-Bunker! Cooler, Kommandant! Wir sind hier ein leichtes Ziel! Sprung auf! Marsch, Marsch! Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Cooler, Kommandant! Schneller, aufklärer, ist unterwegs! Scheiße, Mann! Neuer Befehl! Scheiße, Mann! Wappen auf Luft- und Bodenziele! Neuer Befehle! Abgesessene Kampfweise! Am Ende kommt es immer auf den Infantilisten und sein Gewehr an! Eifer an alle! Ungefährung, kommen! Zu ihrer Verführung, Kommandant! Superfehl! Feind gesichtet! Gefechtsbereitschaft herstellen! Nehmt alles unter Beschuss! Nehmt alles unter Beschuss! Scheiße, Mann! Warning! Radio-Check! Höre Sie klar und deutlich! Feind gesichtet! Gefechtsbereitschaft herstellen! Wie lauten Ihre Befehle? Zum Schützenrudel aufgehen! Auf meine Höhe! Infanterie bereit! Marsch, Marsch! Vollgas! Wieder Doppelschuss! Kommandant! Wir schaffen es nicht! Steht hier! Mission erhalten! Das schlagt sie! Am Ende kommt es immer auf den Infantilisten und sein Gewehr an! Marsch-Formation! Ja dort! Feind dort! Sunny! Achtung! Feind im Nahbereich! Melde! Zug zur Stelle! Winchester! Fliegen zurück zum neuen Augenpositionieren! Neue Befehle? Was wir jetzt neuerdings... Ähm... Abgesetzt in der Kampfweise! Bereit für ein Feuergefecht! Bravo-1 hier, Bravo! Seit gesichtet! Warten auf neue Befehle, Kommandant! Seit dem Patch! Wird gemacht! Ende! Es gab mal Zeiten, habe ich gesagt. Ich bin für die haben rund 10 Games. Vielleicht in den ersten... Ja, hier, Bomber! Jetzt sind die immer ständig! Bomber! Der Kommandant begrüßt Sie an Bord! Wird gemacht! Ende! Achtung! Feind im Nahbereich! Betankt und aufmunitioniert! Rucksack-Formation! Rutschung rein! Lfk geladen! Es braucht unser Panzer im Sturmwind dahin! Was sind Ihre Befehle? Wo brauchst du unsere Feuerkraft? Wir haben Feindkontakt! Ich höre, Herr Hauptmann! Nehmt alles unter Beschuss! Steht unter Beschuss! Ehr eifert! Kampfbereit! An alle Einheiten! Feind gesichtet! Auf den Fall! Kampfsbereitschaft herstellen! Bereitmachtung zum Nachladen! Wir sind in Karten! Scheiß, Irana! Hoch, hoch! Jungs, Kammerat! Feind gesichtet! Gefechtbereitschaft herstellen! Hier, Alfa! Kampfbereit! Ziemlich Verluste eingefahren! 3000 ist ungewöhnlich! Ich gehe mal von aus, dass man das meiste gegen Hubschrauber fährt. Ja, wir haben hier 8 Hubschrauber und Flugzeuge! Also 1, 2... Ja, die hier, die sind sehr stark! Wenn die einmal auf eine Infanterie erschießen können... Da habe ich geschlafen, habe ich es nicht ausgeschaltet! Wie waren unsere Counter-Arty eigentlich? Malka, das ist die 203 mm, die haben wir ausgeschaltet sehr gut! 130 mm! Malka, die andere Malka, sehr gut! Also die Counter-Arty, das funktioniert noch! Gut! Und die andere? Arty ist total ineffizient! Macht einen Expander! Gut, die nehme ich halt nur eigentlich zum Stun! Der Panzer-Mörser ist halt nach wie vor! Also die Mörser sind echt gut! Wobei ich gerne den Amos der Schweden hätte, aus Wargum Redragon! Ah, hier hat er einen Kill! Na dann! So, das heißt, ich mache jetzt mal Pause! Und bin dann mit McQuarrie wieder da! Erstmal gerade um den Kleinkümmern und dann bin ich da! Und dann bin ich da!